Der 5. oder der 6. oder welcher? Der 5.? Aber wenn? Ist egal, mach irgendeinen auf. Es ist echt schon wurscht heuer. Es ist echt schon wurscht. Aber bei Warte... Heute werden meine CD rauskommen. Die sind noch nicht einmal da. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Mama, was gibt's? Mama, was gibt's? Das, was der Essenslieferant uns bringt. Kiri. Rakete. Ja, das ist mein Name. Was magst du? Indisch. Indisch. Nein, kein Koriander. Nein, auch nicht ein bisschen. Kiri ist Raketenstube 10. Ja, Stiege 3. Wiederhören. Das ist aber eine schwere Likorum heute. Gut für meine Fitness. Ich muss ja noch auf meine 10.000 Schritte kommen. Kiri Rakete. Coole Deko. Hallo? Hallo? Ja, können Sie bitte reinkommen? Ja. Bist du Kiri Rakete? Ja. Hi, Lieferservice. So. Das ist für dich. Ah! 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 Meine CDs sind da! Da? Ich hab doch gesagt keinen Koriander! Oh. Egal. Ich hol den Sack. Danke. 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 Oh! Ich taufe Wohnzimmerabenteuer! Auf das neue Album! Das ist mein neues Album. Loki. Ich bin Zugfahr-Abenteurerin. Helgi. 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 wenn der Laptop ganz heiß wird von Lauterbestellungen, weil... Nein, ich würde das nehmen und auch dazuschneiden mit... Das war echt gut. Okay. Hey Kiri! Ihr könnt es in meinem Webshop bestellen und... Sing meinen Song! Ja, warte! Kauf diese supertolle CD! Es ist bald Weihnachten und... Ich will, dass du mein Lied singst! Um auch ein bisschen das Loch wieder gut zu machen, das jetzt entsteht durch den erneuten Lockdown und durch mein Konzert, das ins Wasser gefallen ist und dem Frühling nachgeholt wird. Hört's rein! Es ist großartig! Und am 17. Dezember erscheint das Album digital in allen gängigen Online-Stores. Kiri! Sing mein Lied! Okay. Ja! Das ist für dich. Maria Montessaurier zeigt, wie ich's selber schaffen kann. Hilfst du mir, es selbst zu tun? Dann kann ich es und bleibe dran! Ayuta mi avalena solo! Ayuta mi avalena solo! Hallo! Okay! Besser wird's nicht! Danke auch!